Lalalala! 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 Ja! Eisen! Lalo! Sonst ist da alles gut, okay, gut, gut, dann so, ich gehe zu, so. Also, das ist das für den Auge, der für den Auge, der für den Auge ist, der für den Auge, ist das getreide oder nicht ja das ist halt eher blöd dann wenn man irgendwas anbauen will und ja keine ahnung zum beispiel auch wenn ich soll vielleicht eine größere kiste oder eine zweite beziehungsweise ja oder auch wenn ich dingens dingens ist ja schon ein ding wenn ich dingens dingens dann ja dann dingens und dann und dann trocklbecher und ja wenn ich zum beispiel das texture pack installiere mit den m mit dem mc patcher für die richtige version also dann ist trotzdem in letzter zeit ja ich kann dazu oder so dann ist er trotzdem immer so ein portal und so komisches feuer zum beispiel beim gras oder so nur im gras zum beispiel da habe ich jetzt nur im gras gemerkt eigentlich stimmt ja und beim dort zum beispiel war es ganz normal aber mir geht es eigentlich so richtig auf die nerven zum beispiel jetzt so hinschaut dann da die ganze reihe dann mit portalen und feuer dienst ja das verkrafte ich einfach nicht so wirklich ja und das sind unter anderem mal eben gründe das warum ich kein texture pack jetzt drin habe ich jetzt dann noch mal einfach probieren jetzt irgendwie glaube ich in die nächste zeit und dann ja auch schon mal ob es euch dann ein texture pack verwende ich glaube ja fast das wird schon wieder dunkel ja ich hab genügend stickies bildet da ist jetzt schon wieder dunkel nördurch ok ich brauch eindeutig eine neue kiste es geht es noch gerade so aber ja gute nacht wenn ich schlafen gehe dann ist es irgendwie wirklich jetzt so dass dann muss ich eigentlich wirklich gehen das ist dann eigentlich gar nicht mehr so richtig gespielt jetzt Prozent so teilweise zu müssen ja ich sollte so er kommt dann hier und ist jetzt raus es war vielleicht nicht ganz so klug aber ich glaube solange man sich nicht bewegt dann und fällt zu macht es ja nicht so wieso baue ich die eigentlich nicht gleich an bisschen mehr hand können ja nie schaden ja irgendwie wollte ich jetzt gerade aufhören zu spielen aber irgendwie will ich jetzt gerade doch wie kommt denn das skelettor jetzt her komm her skeletti skeletti skelettor ah skelettor gegen terminator oder so irgendwas skelettor gegen den besten wegläufer der welt der ist sogar ja der ist sogar schafft vor allem endermann wegzulaufen naja vielleicht vielleicht lasse ich auch so nehmen so bei der aufnahme so musik laufen sich auch mal sehen wie ich das dann jetzt genau mache weil ich glaube ja es geht ja bei der musik da gibt es auch lautere und leisere lieders sind aber so viel bin ich einfach zu faul die alle anzupassen jetzt zum beispiel oder sieht die oder sowas aber ja vielleicht mache ich dann einfach mal eine playlist zu spielen mit zum beispiel so jahr liedern wie zum beispiel die music box von elfen lied oder ja so lautere so ganz nette lieder halt zum beispiel elfen box von elfen die music box von elfen lied geht mir auch in letzter zeit irgendwie nicht mehr so aus dem kopf weil ja weil elfen lied hat eigentlich einfach eine so richtig ja mitreißende story da unten ist wieder unser stalker oder gut ja ach du scheiße wenn man sich das alles jetzt mal anschaut die ganze höhle hier da haben wir ja schon ein bisschen was aber da hinten jetzt einfach mal so da jetzt dann so rein sieht so richtig episch aus auch die ganze höhlen überall nur höhlen 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 da ist unser stalker jetzt wird das keller ja falls das jemand jetzt gerade nicht sieht da hinten sind drei creeper und ja ich habe mich so angst dass deine ganze stalker band jetzt kommt ich habe ein eisen jetzt jetzt kann ich zurückgehen jetzt bin ich glücklich jetzt bin ich eindeutig glücklich jetzt brauche ich nicht mehr in der schlucht zu sein ja so schluchten sind irgendwie so richtig endlos aber so richtig ich das war knapp bisschen zumindest da ist kein wie gut nein das sehe ich noch nicht rein da schaue ich noch nicht rein ähm ja ich ich hoffe der enderman hat uns jetzt inzwischen vergessen da oben brauche ich mich eigentlich auch nicht aber ja da sich auch mal überlegt habe zum ausprobieren es wäre weil monster und so können ja auch nur eins hoch hüpfen also ein block wenn man da jetzt eine falltür hin tut ist es ja da höher als ein block aber es ist nur so wenig und deshalb weiß ich jetzt gerade nicht ob das dann eigentlich so wäre dass man hier ab davon abhalten könnte ist da irgendwie aufzulaufen oder so ja ja ach du bist wie ja 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 und da muss ich mir auch merken dass ich den nicht entfernen darf ja 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 okay ich gehe jetzt doch da rein die ha 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 ? ha ha ja zu dem Frame Drop eben sage ich gar nix was sie sind aber ich jetzt irgendwas wieder falsch gemacht oder Computer lassen mich nicht im Stich ah 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 ich bin irgendwie immer instinktiv rückwärts hoffentlich gemerkt so gehe ich da eigentlich nur noch rein da glaube ich baue ich einfach mal so ein bisschen zu damit man da nicht mehr rausfallen kann weil ich so böse bin äh äh ja einfach nur Sicherheits äh sicherer sichere Bau-Dingens wie auch immer ja ich bin jetzt einfach gerade zu faul ist irgendwie da zu überlegen und ich sollte es wirklich mal wieder auf Jagd gehen also auf Tierjagd nicht muss werkt weil ich einfach schon fast nichts mehr zu essen habe okay und ich sollte vielleicht auch nicht so laufen weil ich habe noch keine Tierzucht oder so äh und ich habe ja alle Zeit die Welt ja dann wieder zwei Eisen und sich nicht für den Ofen scheiß drauf dann ist es halt fast Nacht jetzt ist regend super ja ja da da hinten noch